Hallo liebe Malfreunde, heute zeichnen wir Elsa und ihre Freunde. Lasst uns anfangen! Wir zeichnen die Augen, die Augenbrauen, die Form vom Kopf, hier zeichnen wir die Haare und den schönen Zock von Elsa. Jetzt zeichnen wir den Körper, die Arme und das Kleid. Wir zeichnen alle Linien nochmal nach. Nun zeichnen wir Anna. Wir zeichnen die Augen, den Mund, den Kopf und die Haare. Jetzt zeichnen wir den Körper von Anna. Jetzt zeichnen wir den Körper von Anna. Die Haare und die Haare. Jetzt zeichnen wir Christoph. Wir zeichnen Christoph ein breites Gesicht. Wir zeichnen die Haare. Den Körper. Zum Schluss zeichnen wir Christoph. Wir zeichnen Olaf eine Karottenase. Jetzt beginnen wir mit dem Ausmalen. Die Haare von Elsa malen wir gelb aus. Das Kleid malen wir hellblau aus. Die Haut von Elsa malen wir in der Farbe Creme aus. Die Haare von Anna malen wir braun aus. Den Umfang malen wir lila aus. Das Kleid malen wir in grün aus. Die Haare von Christoph malen wir gelb aus. Die Ärmel malen wir braun aus. Den Gürtel malen wir rot aus. Die Kleidung malen wir schwarz aus. Die Nase von Olaf malen wir orange aus. Die K кожdonkir. Die Kürtel malen wir... Die schwarz aus.